Als Typumwandlung wird in der Informatik die Umwandlung eines Datentyps in einen anderen bezeichnet, um eine Typverletzung zu vermeiden, die durch mangelnde Zuweisungskompatibilität gegeben ist. Hierbei unterscheidet man zwischen expliziter und impliziter Typumwandlung, werterhaltender und verlustbehafteter Typumwandlung, benutzerdefinierter und vordefinierter Typumwandlung. Punkt. Bei der expliziten Typumwandlung wird die Typumwandlung im Programmcode ausdrücklich hingeschrieben. Je nach Typisierung der verwendeten Programmiersprache kann das Fehlen der expliziten Angabe der Typumwandlung einen Laufzeit- oder Compilezeitfehler zur Folge haben. Im Unterschied dazu erscheinen implizite Typumwandlungen nicht im Quelltext. Sie werden entweder nach durch die jeweilige Programmiersprache vorgegebenen Vorschriften oder gemäß einem vom Programmierer an einer anderen Stelle, im Quelltext festgelegten Verfahren durchgeführt. Dadurch gelten sie als potenzielle Fehlerquelle, wenn sie unabsichtlich verwendet werden. Viele Programmiersprachen, wie zum Beispiel Java, führen implizite Typumwandlung nur dann durch, wenn sie ohne Informationsverlust erfolgen kann. Also wenn der Zieldatentyp einen gleichen oder größeren Wertebereich hat als der Ausgangsdatentyp, da unterschiedliche Datentypen oftmals unterschiedliche Wertebereiche haben, können bei der Typumwandlung Type-Erweiterungen oder Type-Einschränkung vorkommen. Die Typumwandlung von Dateitypen ist mit der Konvertierung einer Datei von einem Dateiformat zu einem anderen vergleichbar, bei der es ebenfalls um die Umwandlung des Speicherformats von Daten geht. Auch hierbei können Informationsverluste vorkommen. Beispiel in Java